Also herzlich willkommen zu der Einladung der neuen Partnerschaft zwischen dem Kinderschutz und der Sparda-Bank. Und ich würde gerne dich da mal kurz vorstellen. Das war Sperrmann, vieler Herr Leiterin Leverkusen von der Sparda-Bank. Herzlichen Dankeschön. Danke. An unseren Vorstandsvorsitzenden neu gewählt, Herrn Helmut Ring. An unseren neuen Schatzmeister und Vorstand Rochst Richards. Meine Wenigkeit Peter Boddenberg, ich bin Geschäftsführer. Von der GGMBA. Und ja, unser Anliegen war es, wir setzen mit großem Erfolg das Spielmobil seit jetzt drei Jahren ein. Bei vielen Anlässen, sei es jetzt Volksfesten, Leverkusener Kindertag oder aber auch für Flüchtlingseinrichtungen. Oder Hausnahrtsarbeit, wo wir bestimmte Einrichtungen vornehmen. Und dieses Engagement kostet uns sehr viel Kraft natürlich, aber auch viel Kraft. Und da wir eben keine Zuwendung von der Stadt bekommen, müssen wir Spenden und Zuwendungen unserer Etats sozusagen beschaffen. Und deshalb sind wir riesenfroh, dass wir unser Engagement im Spielmobil, also auch gerade für Kinder in sehr jungen Jahren, das fortsetzen können und dass die Spardaubank sich bereit erklärt, die uns zu unterstützen. Das werde ich gleich nochmal dazu was sagen. Ja, klar. Und das ist uns eine große Freude. Und damit ist sich eigentlich sichergestellt, damit wir den Einsatz des Spielmobils, wir haben so im Jahr, der Ring koordiniert die zwölf bis 15 Einsätze, dass wir die auch weiter betreiben können. Und was wir eigentlich anregen wollen mit dem Spielmobil ist, die Bewegung bei den Jugendlichen fördern, die Kreativität und auch den Teamgedanken so ein bisschen fördern. Das Spielmobil, der wird der Ring nochmal gleich drauf eingehen, ist ja... Hallo! Ah, hallo! Also wir mit diesem Spielmobil die Bewegung der Kinder fördern wollen, gerade in der Zeit, wo die sozialen Medien so rasch zunehmen und die Kinder sich wenig bewegen. Ja, das ist uns sehr, sehr wichtig. Und von daher würde ich jetzt gerne dem Herrn Ring das Wort geben, dass er mal kurz über das Spielmobil die Inhalte, was wir damit machen, kurz erläutern. Ja, also, Herr Wonser, ich habe ja schon angedeutet, dass es in einer der Zeitungen, die es noch hier vertreten ist, nochmal nachhaltig drin, alle Kinder bewegen sich zu wenig, die Mehrheit der Kinder absolut viel zu wenig. Wir haben im Schul- und Schulbereich die Sportstunden, die leider auch so rausfallen, weil keine Lehrer da sind. In meiner Schule, ich war in einer Adai-Schule, hatten wir, wir waren nach der bewegungsfreundlichen Schule von Land ausgezeichnet, haben also ganz viele Dinge gemacht auch. Im asiatischen Bereich wird jeden Tag, jeden Vormittag, ein Bewegungsangebot in der Schule gemacht. Das sieht dann sehr militärisch aus, ist aber sehr effektiv. Es gibt Untersuchungen, die das bestätigen. Und diese Bewegungsbaustelle, die wir hier haben, ist genau das, was wir wollen, dass Kinder angerichtet werden, um selbstständig was zu machen, einen Parcours aufzubauen. Die kriegen kurz die Materialien vorgestellt, dann fangen die an. Größte Bedenkenträger sind immer die Eltern. Also er fällt da runter, der tut sich weh. Ganz schlimm, die müssen wir also fernhalten. Wir haben also auch Schilder aufgestellt, Verbot für Eltern und so was. Also ein bisschen anders formuliert, aber das haben wir gemacht. Weil es einfach furchtbar ist, wenn die Eltern da kommen. Die Kinder können das super gut abschätzen. Und wenn die Kinder dann sagen, Mama, du musst mir an die Stütze gehen oder unseren Helfern, die dabei sind, dann machen die das auch. Und ansonsten geht das ruckzuck, sind die da dran. Am Freitag hatten wir das in Leinricht-Lübke-Straße nochmal verliehen. Und interessanterweise, im Schluss ist immer, dann sagt man ja, normalerweise, wir rennen alle weg. Alle Kinder sind dann da und wollen helfen beim Einräumen. Das ist manchmal nervig. Aber das sieht auch, wie viel Spaß die daran haben, an diesem ganzen Angebot. Und es ist eine mobile Bewegung, die da stattfindet. Wenn sie auf den Spielplatz gehen, haben sie vorgegeben. Die Rutsche, das Klettergerüst, das alles fest montiert. Ein bisschen schaukelt man, da ist noch Bewegung drin. Aber ansonsten ist das stationär. Sie können nicht viel mehr mit den Sachen machen. Unsere Bewegungsbaustelle ist aber flexibel. Die können sie wieder abbauen. Dann kann man wieder mal aufbauen mit anderen Geräten. Die haben aber andere Materialien drin. Also ganz alte Spiele, wie Sackhüpfen machen wir auch. Wir haben also Bälle dabei, da können sie auch nicht spielen. Wir haben noch Stelzen, die gibt es ja auch schon in der Zeit nicht mehr. Das alles ist für die Kinder wirklich dann, ja, zu plädieren. Und macht denen unheimlich viel Spaß. Das sieht man auch, die wir alle haben. Dass sie Spaß haben und gerne da mit umgehen. Und dann auch, ja, das ist so grob das, was ich glaube, was man dazu sagen kann. Ach, die war hier in Städtung auch zuletzt, waren Sie, ne? Ja, da waren wir auch. Das habe ich ganz kurz beobacht. Ja, schon fünfte Mal, das fünfte Mal. Da haben wir jetzt mit der Feuerwehr, die hat mich gerade hoch und da konnte man von oben die ganze Situation übersehen, was wir da hatten. Alles, das war schon toll. Es gibt Kinder, die hatten in den Schülern, in den Häusrad haben wir ein Mädchen gehabt, wo es zwei Stunden immer nur rum, immer nur rum. Die hatte so ein Prinzessinnenkleid an, die lief immer da rum, immer rum. Ich habe gedacht, ich würde verrückt werden. Aber die hatte so einen Spaß daran. Es war kein Kind mehr da, die war immer noch dabei. Also es ist erstaunlich, wie das geht da. Den Schneebuschen-Jungen beobachtet, der also wirklich da permanent rumgebaut hat, war unter den Einbalken nach Hieber und dann sah, der war also wirklich da. Das ist etwas, wenn ihr wollt, die Kreativität. Und nicht ein Parcours vorgefertigt, ein paar Ablaufen, sondern die soll kreativ damit umgehen. Das ist eigentlich das Ziel eigentlich, dieser Bewegungsbaustelle. Es gibt Überlegungen zum Beispiel auf Straßen, die Straße zu sperren und dann auf den Straßen auch mal so etwas zu machen. Das gibt es in den anderen Bundesländern schon. Man muss natürlich auch erst mal finden, dass da wirklich die Straße gesperrt ist für den Anlass, dass wir immer dran überlegen, wo wir es machen können. Aber wir haben im Moment genug Gelegenheiten, in den Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen das Angebot weiter zu gehen. Man muss dazu sagen, es ist ja nicht nur den Anhänger dahinfahren und die Sachen auszuladen, sondern wir haben meist ein oder zwei pädagogische Kräfte, die die Kinder sozusagen betreuen, auch animieren. Die sollen also aufpassen, dass nichts passiert, das ist klar, aber auch die Kinder animieren, mal was Neues wieder zu machen, Dinge abzubauen. Und dann gehört zu so einem Anger schon mal auch eine Versicherung, die wir haben müssen, wenn was passiert. Bedeutet, weil bisher nichts passiert. Der Anhänger muss natürlich immer hin und her transportiert werden, der muss in der Garage stehen. Das sind also auch Kosten, die anfallen und die könnten wir nicht immer aufbringen. Und deshalb sind wir eben froh, dass sie versperren und das schon die Überleitung, die Brücke, warum es sich das an der Geschäftsordnung gemacht hat. Ja, dann auch noch mal herzlich willkommen von mir. Uns war eigentlich wichtig, wir unterstützen ja immer, den Kinderschutzbund sowieso immer schon, über den Herrn Ringen haben wir den Kontakt häufig schon gehabt. Aber trotzdem wird natürlich immer überlegt, was kann man Neues machen. Und eigentlich das, was hier gerade schon so angeklungen ist, das war uns und mir eigentlich wichtig. Diese Gemeinschaftsbildung auch irgendwo, dass Kinder mal wieder zusammen spielen, die sich vielleicht auch erstmal gar nicht kennen, sondern dann vielleicht auch neue Kontakte knüpfen können. Vielfach habe ich das so festgestellt, ist das eigentlich gar nicht mehr so. Die spielen ja häufig alleine oder gar nicht mehr. Oder, was sie sagt, wenig Bewegung dabei. Und das ist einfach eine Möglichkeit, dass man sieht, dass so etwas angenommen wird. Wenn das da steht, dann nehmen die Kinder das an, von sich aus schon, und dann kommt dieser Spieltreib automatisch wieder hervor. Und damit auch die Bewegungsfreude, die die Kinder eigentlich immer ausstrahlen. Und das fand ich wichtig. Und deswegen war das auch klar, als der Sonnenberg und der Ring zu uns kam, das machen wir. Und das haben wir ja jetzt auch festgemacht. Und ja, bei dem nächsten Termin irgendwo, dann gucke ich mir das nämlich mal selber auch an. Also das war wirklich sehr, sehr wichtig. Und das ist ein schönes, super Projekt. Ja, jetzt haben Sie so die Inhalte gehört. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Seit wie vielen Jahren gibt es das Ding? Ich habe gehört, seit vier, fünf Jahren sind Sie unterwegs. Da gab es das vorher auch schon? Wir haben das vor vier Jahren uns angeschafft. Also bevor diese Zeit hatten wir uns das ausgeliehen, beim Sportbund in Köln. Gab es sowas zum Leiden? Das war aber nicht so etwas problematisch, weil es dann versifft war. Will ich jetzt mal so sagen darf. Das war einfach im schlechten Zustand. Wir mussten jetzt mal alles abwaschen. Und dann haben wir uns entschieden, so etwas Silber anzuschaffen. Einen Anhänger. Und dann haben wir in der Schreinerei dann die Möbel bauen lassen. Und das war nicht eine richtige Entscheidung. Die strahlenden Kinderaugen, die sind immer schönste Dankeschön dafür. Und wir haben das seit vier Jahren jetzt im Einsatz. Und haben eben die bisherigen Einsätze teilweise über... Teilprojekte finanziert. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr in Flüchtlingseinrichtungen in Vieren sind wir mit dem Spielmobil gewesen. Das hat die Sparkasse zum Beispiel übernommen. Auch mal ein anderes Beispiel. Bei einer anderen Seite hat die Lions Group das übernommen. Weil wir das selber eben so über diese Zeit nicht tragen können. Also immer projektbezogene... So, wo wir jetzt froh sind, dass wir jetzt eine stabile finanzielle Basis für zwei Jahre haben. Und das erleichtert uns natürlich auch die Aktion mit dem Spielmobil. Dass man auch mal jetzt, wie jetzt Haus Nazareth, Dinge machen kann, die eben kein Sponsering über Langfristig über die Sparda-Fank da ist und man nicht dauernd rechnen muss, geht das oder geht das nicht. Das ist für uns eine sehr große Erleichterung. Das ist genau das Ding, was direkt vor der Haustür steht. Dieser hübsche Anhänger, das Ding, das ist genau so. Man glaubt nicht, was da alles drin ist. Sie haben ja hier die Geräte gesehen. Das ist aufs Minimal alles reingepackt. Das fällt von oben bis unten zu. Das ist unnahrscheinlich viel zu. Ja. Wie alt sollten die Kinder sein? Ich hab gehört, Kindergarten und Schule von bis... Nein, also man kann sagen, von drei bis zwölf Jahre bist du das ideale Alter. Die können auch damit anfangen. Also ein 15-jähriger Junge der fühlst du im Kaffee. Es war zu cool. Ja. Es war zu cool. Zwei Stunden. Ja.